Ihr seht aus wie ein guter Partner, oder? Wollt ihr auch so einen guten Partner haben? Ja? Der ist ja auch jetzt so einen guten Partner. In unserer Hand. Ich habe ungefähr 20 Jahre gebraucht, um das zu lernen. Aber jetzt kann ich es. Und ich habe auch die Möglichkeit, euch schneller zu vermitteln. Ihr kriegt so ein Pferd, wie ihr wollt, innerhalb von drei Jahren. Und dann könnt ihr auch die gleichen Sachen machen und nicht machen. Denn eh, 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 Moment, danke. Dann kriegt ihr das erst recht. Mal schauen, ob die Wahrheit noch da ist, wo ich sie gesucht habe. Und das ist ja auch ein Jucko, wo mein Hund im Glück ist. Das tut, was ich mir wünsche. So, bitte rein bei der Nacht.